So, 6.18 Uhr, ich laufe zu meiner Wühlmausfalle und gucke mal, wie das ausschaut. Nein, sieht alles normal aus. Hier sieht auch alles normal aus. Das ist ja gar nichts. Da war ich ja gar nicht da. Wie kommt es? Ah, oder? Hier, ja. Hier halt auch, da war ich ja gar nicht da. Also, noch einmal warten. 13.17 Uhr. So sieht nach Erfolg aus. Und gleich beim Weidenheit. Ich gucke mal jetzt. Und wiegen. Da ist doch gar nichts drin. Da hat die Erde reingedrückt. Was ist denn hier? Hey. Da war gar nichts. Nichts. So, Freitag. 6.19 Uhr. Jetzt bin ich gespannt. Und da sieht wieder der gleiche Scheiß aus. Der löst sich einfach falsch. Das heißt, der bewegt sich, ja. So. 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 13.30 Uhr und das ist wunderbar, gleich dort wo ich meine Falle habe, baut er nochmal eins und ich bekomme gar nichts, totaler Verarsche, das funktioniert einfach nicht, jetzt beim nächsten genau das gleiche, schaut mal her, einfach Null. Ist wieder nichts, furchtbar, 13.00 Uhr 9, alles noch in Ordnung hier. Samstag, verdammt nochmal, schau mal her, 14.48 Uhr, guck mal was so ein Haufen der scheiß Viech hier gebracht hat und hier auch, schau mal ob da was geblieben ist. Der bringt doch das scheiß gar nicht hier, oder? Verdammt nochmal. Ich weiß es gar nicht, was ich machen. Hier, leckt mich doch am Arsch.